So, und jetzt nur auf den rechten Kampf gucken. Wer ist das? Da boxt, sagen wir mal, Valoschke-Breslau gegen Gordon Apollo, USA. Gordon Apollo ist der linke. Also wirklich nur auf den rechten Kampf gucken, ich weiß, der linke ist der bessere, aber trotzdem jetzt. Apollo ist der linke, Valoschke rechts. Ja. Zack, 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 zack. Treib den vorher. Jetzt kommen gleich Rundschläge. Rundschläge, Hammerschläge, guck mal. Voll rein. Eins, zwei, gib es auf. Man braucht eigentlich ungeheuer kräftige Fingernägel dazu. Die hatte ich früher mal, aber inzwischen sind die völlig abgewetzt. Sag mal, willst du noch was sehen? Hm? Hier. Was ist das? Lausebengel. 15 Sekunden. Das ist der Film über einen, der zum anderen gesagt hat, er dürfte eigentlich nur noch mit dem Sack über den Kopf rumrennen, weil er so unmöglich aussieht. Oh. Oh. Wann hast du das gezeichnet? Vor ungefähr 15 Jahren. Ich gebe ja zu, ich bin inzwischen nicht viel weitergekommen. Es wird böse enden. Du bist seltsam. Versuch mich wieder zum Lachen zu bringen. Zum Lachen. Das ist der Film über einen Moment.